Bitcoin und Ethereum leicht im Plus, was wir jetzt zum Weekly Close hier erwarten können, das schauen wir uns hier selbstverständlich in diesem Video an. Und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading on Air. Ja, wir schauen es heute wie immer Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elite-Wellen-Theorie an, welche Levels sind wichtig, was unser genauer Fahrplan und wo können wir hier gegebenenfalls wieder in Trades mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe einsteigen. All das hier in diesem Video ist jetzt wieder mal vollgepackt mit Mehrwert. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins noch vorneweg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenlos abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Algo zu pushen. Wir würden uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir direkt rein, Kryptomarktkapitalisierung hier mit den 1,28 Billionen US-Dollar hier und dementsprechend angeblich mit 1,5% in minus den letzten 24 Stunden aufgrund des ganzen positiven Aufwärtsschwungs im Kryptomarkt, ja, mal vage zu bezweifeln. Aber gut, wir gehen weiter. Bitcoin hier 35.135 US-Dollar mit guten 1% im Plus und Ethereum hier knapp unterhalb der 1.900 US-Dollar-Marke mit 2,5% im Plus hier die letzten 24 Stunden. Gut, dann gehen wir direkt rein in die Chart-Analyse und wen es interessiert alles übergehört und alles, was übergehört und wichtig ist, kann gerne das Video von gestern auschecken. Und das ist dementsprechend brandaktuell. Es soll hier jetzt wirklich nur ein kurz und knackiges Update sein. Bevor wir jetzt final reingehen, noch kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden. So sehen hier beispielsweise die Signale aus. Aber ganz, ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir traden. Das heißt, ihr könnt es nachmachen, müsst es natürlich nicht. Das heißt, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle. Ihr seht, wir traden das Ganze hier auf Budget. Das heißt, wenn du dir lebenslänglich 10% Rabatt auf deine Gebühren sparen möchtest oder hier einfach nur keine Kursarbeitung beim Nachtraden haben möchtest oder schlichtweg einfach nur uns bzw. den Kanal supporten möchtest, würde es sich anbieten werden. Link unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alles ein Kann, kein Muss. Selbstverständlich auch die Talk und News Gruppe ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt von unserer Seite mit Traditing rein oder kurze Zwischenupdates, falls sich hier was Spannendes getan hat. Gut, jetzt hier weiter im Kursgeschehen per se weiterhin der festen Überzeugung. Welle 2 übergeordnet gefunden. Wir sind auf dem Weg in unsere Welle 3 Richtung 76.000 US-Dollar. Und dementsprechend bauen wir hier gerade unseren ersten Unterimpuls dieser Welle 3 hier aus. Und da sehen wir per se weiterhin das hier als primäre Wahrscheinlichkeit an. 1, 2, 3 gefunden. Aktuell hier in unserer 4. Aber für uns ist es hier einfach schlichtweg etwas zu riskant hier zu shorten. Wir sehen zwar eher einen korrektiven Anstieg. Jedoch ist es für uns auch etwas riskant zu shorten. Denn dieser fünfteilige Impuls, da gibt es schönere Impulse. Deswegen haben wir gesagt, okay, es ist zwar ein korrektiver Anstieg. Und wir sind auch auf den kleineren Zeitinheiten hier perfekt in der Golden Zone erstmal rausreagiert. Aber für uns ist das hier einfach zu vage, hier in einen Short-Trade einzusteigen. Denn vor allem auch das Sentiment der Retailer ist gerade auch sehr, sehr short gerichtet. Weshalb wir auch aufgrund der Tatsache, dass das hier eben keinen so allzu schönen Impuls darstellt, eher etwas vorsichtig hier mit diesem Short-Trade. Sondern wir fokussieren uns weiterhin ganz, ganz stark dann hier auf diesen Long-Trade, wo weiterhin die wichtigen Marken einmal 33.474, 32.000 Dollar und dann die 30.900 Dollar sind. Und wir haben aktuell eher den Fokus auf diesen beiden Bereichen. Das heißt, dass wir hier quasi irgendwo in einen Short-Trade einsteigen. Und aktuell könnte man es dann eben so zählen. Dass wir sagen, okay, das hier wäre eine A runter, das hier eine B. Dann kriegen wir eine C, dann kriegen wir nochmal eine Verlängerung und dann kommen wir nochmal hier irgendwie runter. Denn wir sehen unsere Welle 2 sehr, sehr lang. Das heißt, dass das hier dann bereits unsere Welle 4 hier ist. Einfach in diesem Count hier etwas unwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz können wir uns auch hier mal kurz die Bereiche reinladen, welche da aktuell über das Trend-basierte Fibonacci-Level hier reinkommen. Sehen wir 1.618 hier unten genau hier bei unserem 0.382 Fibonacci-Level. Und wenn wir hier quasi dann noch uns 1er Fibonacci anschauen, sehen wir, okay, das ist perfekt an der Oberkante. Das heißt, hier wirklich sehr, sehr schöne Confluence und von sehr, sehr starkem Support hier eben zu rechnen. Gut möglich, dass wir hier vielleicht noch ganz leicht diese Tiefs abgreifen und minimal reinstechen. Einfach um die Liquidität, die sich hier unter diesen zwei Tiefs hier befindet, dann eben auch mitzunehmen. Gut, soviel eigentlich zu diesem Count. In diesem Fall würden wir hier weiter in den Abverkauf erwarten, was aber für uns short-technisch einfach aktuell etwas zu riskant ist. Wir fokussieren uns dementsprechend hier weiterhin ganz, ganz klar auf die Long-Seite. Was etwas schöner ist, sage ich mal, auch zeitlich betrachtet, wäre, wenn wir hier ein 1.2.3 quasi hier runter sehen. Vorher war hier ungefähr das 1.618er. Dann eine Welle 4 reinbekommen und dann nochmal mit der Welle 5 hier unseren 0.382er. Das heißt, den Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für so eine Welle 4 hier eben antatschen würden. Das wäre hier eigentlich ein sehr, sehr schöner Verlauf. Bräuchten wir jetzt aber einen sehr, sehr starken Abverkauf. Wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, das hier als 1.2 oder als AB zu zählen, weil es möglich ist, das hier als Impuls zu zählen, aber für uns zu unausseitkräftig und zu kleinteilig, um hier quasi in einen Short-Trade aktuell einzusteigen. Wer es machen will, kann es natürlich machen, da verbieten wir da logischerweise keinem was. Aber für uns ist das einfach aktuell etwas zu riskant und für uns die Long-Seite hier unten definitiv lukrativer als aktuell hier die Short-Seite. Genau, das eigentlich zu diesem Count und dann noch der Bearish-Account hier der Vollständigkeit halber, wäre, dass wir quasi unser Top hier gefunden haben und jetzt quasi nochmals sehr, sehr stark abverkaufen. Das sehen wir aktuell nicht primär und auch dieser Anfang hier gestaltet sich schon mal schwierig. Da wollen wir dann hier diesen Impuls nach unten sehen, wovon wir dann immer noch ausgehen würden, dass es dann eher Bullish als Bearish ist. Aber sollten wir dann im Anschluss hier etwas Korrektives sehen, steigen die Wahrscheinlichkeiten signifikant, dass wir hier quasi in diesem Count hier sind und von weiter starken Abverkaufhöfen hier eben rechnen können. Gut, das quasi aktuell so der Fahrplan. Das heißt, ja, sollten wir hier quasi in diesem Szenario sein, dass wir hier sagen, okay, denn die Möglichkeit gibt es auch, dass wir sagen, okay, dreiteilige A, überdiesende B und das war die 5 nach unten, dass wir dann sagen, okay, unsere Welle 4 ist hier bereits drinnen und wir gehen jetzt in die Welle 5. Diese Möglichkeit besteht selbstverständlich. Dann würden wir sagen, okay, wir schnappen uns hier die Welle 1, legen diese mal hier an, die Welle 5 hier an und schauen uns dann mal an, welche Bereiche da interessant werden und dann würde hier der Bereich 37.700 Dollar sehr, sehr, sehr interessant werden beziehungsweise warten wir dann auch hier selbstverständlich auf den internen 5er in unserer Welle 5 und das könnten wir uns dann gegebenenfalls sogar vorstellen, dann auch zu shorten. Aber wie gesagt, da halten wir es selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe dann auch auf den Laufenden. Aber aktuell Shorts für uns zu riskant, wenn dann Longs oder wir warten den letzten 5er hier quasi so rauf, Richtung 37.700 US-Dollar oder eben weiter, um dann hier oben in einen Short-Shirt eben einsteigen zu können. Gut, jetzt hier rüber zu Ethereum und hier quasi kurz, ja genau, das hier wäre der Bullish-Account, dass wir sagen, okay, 1, 2, 3, 4 gefunden und das hier wäre aktuell die 5. Wir können uns auch hier mal kurz das Target reinladen. Das wäre quasi auch hier, wir sagen, okay, hier quasi angelegt und dann auch hier unser 1-to-1-Ratio einmal reinladen. Dann sehen wir, okay, wir hätten nicht mehr weit zu den 1.920 US-Dollar. Das wäre das 1-to-1-Ratio, das wäre der Optimalbereich hier für diese Welle 5. Aber wenn wir bei Bitcoin jetzt eben den 5er nach oben, Richtung 37.700 Dollar erwarten, könnten wir gut und gerne davon ausgehen, dass wir hier quasi nochmal eine 2, 3, 4 und 5 einfach nochmal signifikant höher bekommen. Aktuell eben, wie gesagt, nicht so wahrscheinlich. Das wahrscheinlichste Szenario wäre 1.920 US-Dollar für diese Welle 5, um dann hier quasi eine stärkere Gegenbewegung reinzubekommen. Aber per se, aufgrund der positiven Korrelation mit Bitcoin, das ist hier definitiv möglich, dass wir hier zwei Extensions reinbekommen. Wir sehen, wir haben hier schon eine Extension reinbekommen. Dann würden wir eben noch eine Extension reinbekommen. Per se ist das Ganze unwahrscheinlich, aber aufgrund der positiven Korrelation mit Bitcoin und aktuell den eher bearischen Sentiment, was die Retailer angeht, für uns eigentlich nicht gerade so unwahrscheinlich dann oder nicht unüberrascht würde das quasi dann kommen, wenn das eben der Fall ist. Gut, auch hier noch kurz den bearischen Count an. Wäre quasi auch hier, erwarten wir hier diesen fünfteiligen Impuls nach oben, um dann halt nicht nur so abzuverkaufen, sondern signifikant stärker abzuverkaufen und dann in Tiefrichtung 1.400 Dollar nochmal. Aber das auch hier nicht unser primäres Szenario. Und sollten wir die Extension in dieser Welle 5 hier sehen, wird das Szenario, dass wir hier quasi in dem bearischen Count sind, einfach nochmal signifikant unwahrscheinlicher. Denn zwei Extensionen in einer Welle deuten einfach auf starke Bullenpower in diesem Fall hier hin. und das wie gesagt aktuell unser primärer Count, dass auch hier die Welle 2 gefunden ist und wir in dem Bereich unserer Welle 3 Richtung neues All-Time-High auch hier bei Ethereum dann in den nächsten Wochen und Monaten vordringen werden. Gut, das soll es gewesen sein. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal über jegliche Form von Support und damit hören wir uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen wieder zum Update und damit Trading und jetzt raus. Macht's gut. Ciao, ciao.